Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag. Heute ist der 12.01.2021 und es ist 8.58 Uhr. Ich bin seit anderthalb Stunden wach, aber irgendwie komme ich heute nicht in die Gänge und meine Frisur, naja, reden wir nicht drüber, die will irgendwie auch nicht die Haare liegen, wie sie wollen, aber nicht wie sie sollen und sie wellen sich immer mehr. Ja, das liegt daran, dass ich jetzt schon 10 Wochen nicht beim Friseur war, beziehungsweise der Friseur nicht bei mir. Und mal gucken, wie lange ich das noch ertrage. Sieht ja echt aus hier. Ja, was gibt es zu erzählen? Es ist Dienstag. Heute stehen ein paar Termine an, aber nicht so viele wie gestern. Gestern war nochmal wieder richtig Dampf auf dem Kessel, aber zum Ende des Tages hin ging es dann. Und wir haben gestern Nachmittagabend den Rechner umgebaut, also ich in Form von Händen und der Buff in Form von Worten. Er hat mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden und hatte sehr viel Geduld mit mir. Ich habe oftmals nicht verstanden, was er denn jetzt will, was soll ich denn da machen? Hä? Und er war halt über Discord dazugeschaltet. Frau Ling hat auch ein bisschen mit zugeguckt und wahrscheinlich geschmunzelt. Und der Arni kam dann auch irgendwann vorbei. Und im Grunde haben wir gestern in, ich würde es schon so sagen, so vier Stunden den Rechner einmal komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Und hätte ich gewusst, wie kompliziert das ist, hätte ich gesagt, ach komm, bestellst du einfach einen neuen Rechner oder wartest halt, bis jemand kommt, der das zusammenbauen kann, der davon Ahnung hat. Ich habe halt null Ahnung. Ich habe zwei linke Hände. Und deswegen hat das wahrscheinlich auch so lange gedauert. Also wie gesagt, wir sind bei vier Stunden rausgekommen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Der Rechner wurde aufgeschraubt, es wurde alles rausgenommen, weil das Mainboard ist ja sozusagen der Grund und Boden eines Rechners und das musste ausgetauscht werden, weil der Prozessor sich ändert und dann haben wir auch gleich noch das Netzteil ausgetauscht. Und ja, war spannend, war aufregend. Ich war hier und da vielleicht mal ein bisschen verzweifelt und dachte mir so, ach du Scheiße, wo soll das nur noch hinführen? Und wenn die Scheiße dann noch auch funktioniert wieder, dann mache ich drei Kreuze. Und ja, es gab einen kurzen Schreckmoment, da waren Kabel nicht richtig gesteckt und deswegen ging der Rechner gar nicht mehr an. Aber als wir das dann nochmal im zweiten Schritt überprüft haben, haben wir gesehen, aha, da, wo der Strom zum Stromknopf geführt wird, da steckt das Ding nicht richtig drauf, mach das mal ordentlich und schwupps, ging es. Und mittlerweile gibt es sogar ein Lichtchen oben auf der Leiste neben dem Stromknopf, das blinkt. Das hat die letzten vier Jahre nicht geblinkt, das war gar nicht angeschlossen, wo ich mir so denke, ey, ich habe da Geld bezahlt, 100 Euro oder so zum Zusammenbauen des Rechners und das BIOS war nicht richtig, Sound ging nicht und jetzt blinkt seit vier Jahren dieses Licht nicht. Das ist ja wohl mal ein elementarer Bestandteil des Rechners. Das ist schon, also Mindfactory, da muss ich schon mal sagen, das geht auch besser für Geld. Ja, also wie gesagt, jetzt blinkt da so ein Lämpchen mit und ich würde sagen, die Operation ist gelungen. Wir haben jetzt einen neuen Prozessor, einen Ryzen 7 statt dem Intel 7 mit 8 statt 4 Kern und wie gesagt ein neues Mainboard, was halt hinten deutlich sinnvollere Anschlüsse hat als das alte Mainboard oder brauchbare, sagen wir mal so. Und wie gesagt ein dickeres Netzteil ist jetzt drin und ja, jetzt gucken wir mal. Das Spannendste für mich war, glaube ich, das Anbringen des Prozessors und dann das Aufbringen der Kühlungspaste oder Wärmeleitungspaste, dann das Aufsetzen des Lüfters dazu, das fand ich schon, ja, nicht ohne. Und dann halt die ganzen kleinen Kabel irgendwo drinstecken, wo du nicht richtig hingucken kannst. Das ist halt so, ich habe ja sehr grobe Hände, würde ich sagen, und dann so filigrane Aufgaben, wo man wirklich genau ein Loch oder einen Pin treffen muss, das ist schon nervenaufreibend. Aber es hat am Ende funktioniert, ich habe auch schon einen Test gemacht, Elite Dangerous mit Voice Attack und Stream und Firefox offen oder Google Chrome offen verbraucht 40 bis 50% Prozessor und nicht mehr 99 bis 110%. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Das heißt, die zukünftigen Elite Streams kann ich dann auch wieder mich ganz normal über Voice Attack, Voice O-Tech vor allen Dingen, Voice Attack mit dem System unterhalten. Und das gibt dem Ganzen noch ein bisschen Würze, würde ich sagen, ja. Ja, ich bin zufrieden. Ich sage nochmal vielen lieben Dank an den Buff für die Zeit, die ich ihm gestern klauen durfte und die Hilfe, die er mir hat zukommen lassen. Ich dachte hier und da echt, wir müssen das alles zur Seite legen, wir kommen ja eh nicht weiter. Und ich habe jetzt erstmal ein paar Tage keinen Rechner. Ja, aber dank der eindringlichen Worte haben wir dann doch mal weitergemacht. Danke Buff, dass Sie mich da immer wieder Nebel machen, ist jetzt fertig. Und am Ende des Tages ist es ja gut gegangen. Aber ich möchte das nicht häufiger machen. Also die Grafikkarte jetzt nochmal auszutauschen irgendwann sollte unproblematisch sein. Wenn irgendwann mal ein neuer Prozessor kommt, das wird dann schon wieder ein bisschen aufregender. Weil dann muss der Lüfter wieder ab, der Prozessor raus, der neue rein und ach, hör bloß auf. Hör mir auf, das ist ja alles so kleinteilig und so. Und dass Sie sich alles merken, welches Kabel ist wofür. Okay, die sind beschriftet. Aber durch welches Loch im Gehäuse führt man sie dann, damit sie an der richtigen Position des Mainboards dann auch vorrätig sind. Also das ist schon, ja. Naja, es hat funktioniert. Wir haben jetzt ein bisschen performanteren Rechner. Und sobald die Grafikkarten, die 3070 oder die 6800, das ist glaube ich das Äquivalent von AMD, sobald die preisig mal ein bisschen runtergehen, könnte man überlegen, ob man da auch nochmal aufstoppt. Das macht momentan keinen Sinn, sich eine 2070 zu holen. Die gibt es nämlich auch kaum. Und die sind preisig noch über der 3070, wo ich mich so frage, wie kann das sein? Warum ist das so verrückt? Die 1070 reicht mir für meine Belange aus. Und das Nadelöhr, was ja beim Streamen zumindest der Prozessor war, ist jetzt nicht mehr existent. Ich wünsche euch was. Habt einen wunderschönen Dienstag. Wir sind jetzt bei sieben Minuten Quatschzeit. Ich bin heute, aller Vorsicht nach, gegen 18 Uhr mit Spider-Man, Malz Morales am Start. Mal gucken, wie lange die Arbeit heute geht. Ich habe von 16 bis 17 Uhr noch einen Termin und der hat Potenzial, sich etwas zu verlängern. Von daher gucken wir mal. Wir sehen uns heute Abend auf jeden Fall. Aber vielleicht kann es auch ein bisschen später oder früher werden. Wir gucken. Kommt gut durch den Tag. Und bis bald. Tschüss.